Hallo und willkommen zu Islam-Info. Nach der Einleitung sowie der Übersicht der Themen rede ich heute über den Islam an sich. Also was, wie, wodurch, wann, wo und von wem. Ziel ist immer noch mein Drei-Punkte-Plan. Lernen, was Islam ist, differenzieren zwischen Menschen, also den Muslimen, und den Ideen, also der Ideologie, dem Islam. Und dann drittens erfassen, was der Islam heute im 21. Jahrhundert bedeutet. Und ich möchte mal vorne anfangen, nämlich, was bedeutet eigentlich Islam? Nein, es heißt nicht Frieden, das ist Salam oder Salam. Gleicher Wortstamm, andere Silben, andere Bedeutung. Das Wort Islam ist eigentlich fast das Gegenteil von Frieden, es ist die Unterwerfung. Und daher nennen sich so viele Muslime Sklave von Allah. Es ist die ultimative Kapitulation, die Resignation vor dem Mächtigen, der zentralen Figur des Islam, dem Gott, dem einen und einzigen Gott. Und im weiteren Sinne wird dann geglaubt, dass wenn alle Leute, alle Menschen, eben an diesen Gott glauben, dass dann auch Frieden herrscht. Der Islam ist in zwei Teile geteilt, den sichtbaren, natürlichen Teil und dann den unsichtbaren, übernatürlichen Teil, also Himmel und Hölle, Belohnung und Bestrafung, ohne etwas dazwischen. Der weltliche Teil ist dann auch wieder zweigeteilt in Geschichten, Gleichnisse, Märchen und Befehle, die den Weg zu Himmel und Hölle bestimmen. Und dann den rein politischen Teil, der alle Aspekte des menschlichen Zusammenlebens regelt. Und hier haben wir Elemente aus Handelsrecht, Familienrecht, Erbrecht, Strafrecht, Kriegsrecht und so weiter und so. Und natürlich Menschenrechte. Und jedes Detail im Leben eines Gläubigen ist durch den Islam geregelt. Egal, ob es jetzt um die Anzahl der Millimeter geht, die ein Eindringen des Penis als Geschlechtsverkehr definiert. Oder was beim Betreten der Toilette beachtet werden muss. Oder die Position der linken Hand beim Gebet. Es gibt eigentlich nichts, was nicht geregelt ist, egal wie abstrus. Es gibt heute im Netz seitenweise Hinweise und sogar ganze Fernsehsender, die solche Regeln anhand der verschiedenen Auslegungen aufstellen. Dadurch ist der Islam nicht nur eine Weltanschauung, sondern eine Lebenseinstellung, die durch sehr viele Komponenten definiert wird, die ihrerseits basieren, auf den Regeln des Glaubens verstreut, über verschiedene Texte und diverse Figuren bis hin zu menschlichen Gelehrten. Der Islam ist in seiner Umsetzung heute ein System, was durch Menschen, sogenannte Gelehrte, beherrscht wird, wobei diese unterschiedlichste Interpretationen und Meinungen haben. Die wiederum sorgen für Zwiespalt und dass sich die einzelnen daraus resultierenden Gruppierungen sich spinnefeind sind. Die verschiedenen Komponenten und deren Einflüsse werde ich dann im Einzelnen noch besprechen, damit auch da Klarheit herrscht. So, ich hoffe, ich mache etwas Hilfreiches. Wenn es Meidungsverschiedenheiten gibt, gehe ich davon aus, dass wir es im Dialog klären können. Bis bald und viel Spaß bei den Islam-Info-Videos. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020